Einen wundervollen schönen guten Tag. Wo das Volk die Regierung fürchten muss, herrscht Unterdrückung. Wo die Regierung das Volk fürchten muss, herrscht Freiheit. Kennt ihr Maßnahmen unserer Regierung, die uns unterdrücken sollen? Ich habe jetzt selbst direkte Keine auf dem Schirm. Was mir so einfällt, sind halt so indirekte Sachen wie Repressalien bei Hartz IV. Also das Durchdrücken, dass man sich diesem Wirtschaftssystem auf Niedriglohnniveau fügen soll. Das ist eine Unterdrückungsvariante. Oder die Spionagetätigkeiten, wobei man sich fragen muss, ob unsere Regierung denn dafür zuständig ist. Also wenn man jetzt an NSU denkt und dass das ja scheinbar im Zusammenhang mit Terrorismus steht. Und egal welche Art, in diesem Fall halt rechter, aber auch bei anderen Terrorismusvarianten oder Färbungen, sage ich mal, scheinen immer Geheimdienste dabei drin zu stecken. Oder bei vielen. Wenn wir das fürchten, denke ich, würde der Spruch oder der erste Teil, dass wir unsere Regierung fürchten, zustimmen. Weil die das ja letzten Endes zulässt. Es ist ein ganz heikles Thema, inwieweit der Terrorismus unserer Tage Verbindungen zu Regierungsstellen hat. Ob nun jetzt unsere in Deutschland oder an anderen weltweit. Und da werfe ich doch ein böses Auge auf Saudi-Arabien und die Türkei. Die sind da an vorderster Finanzierungsfront, was den Terrorismus angeht. Diesmal nicht dem rechten, sondern dem islamischen. Also, fühlt euch unterdrückt? Auf der anderen Seite muss ich schon sagen, wenn ich Deutschland mit anderen Regimen oder mit autoritäreren Regionen vergleiche, herrscht doch schon noch ein gewisses Maß an Freiheit. Man kann sich darüber streiten, ob das jetzt mittlerweile nur noch ein Restmaß ist oder nicht. Aber ja, ich denke, von der Definition oder von dem Aspekt, dass Freiheit auch bedeutet, dass die Regierung vor uns Angst haben sollte, denke ich, sind viele, viele Maßnahmen dabei oder werden mitgebracht, mit eingebracht, die halt diese Angst der Regierung verbergen. Ich meine, die wunderbare Fußball-EM ist ja auch ein Beispiel dafür. Denn ein abgelenktes Völkchen, vor dem muss die Regierung keine Angst haben. Und dass sie das hat, das haben schon viele Maßnahmen bewiesen, die während solcher Großveranstaltungen veranstaltet wurden, eingebracht wurden, irgendwelche Steuererhöhungen oder dergleichen, die nicht so populär sind. Und ja, in diesem Zusammenhang, ja, da gibt es einige Beispiele, von denen ich glaube, dass unsere Regierung nicht nur Angst vor uns hat, sondern, oder unsere Regierungen, jetzt nicht nur auf die heutige, sondern auch auf die, sagen wir mal so, letzten 20, 25 Jahre seit der Wende, dass da so einige Maßnahmen zu Zeitpunkten gekommen sind oder auch weggenommen wurden. Wenn ich an die Akta-Geschichte denke, da waren die Proteste so groß, dass man das dann doch eingelenkt wurde. Und ja, das gibt Hoffnung. Also, ein bisschen Freiheit haben wir, hat man immer und die sollten wir nutzen. Nicht nur damit uns die Regierung fürchtet, sondern damit wir die Welt auch zum Besseren wenden. So, jetzt habe ich doch länger an dem Spruch erzählt, als ich dachte. Also, hier ist er nochmal. Ganz gut für alle, die irgendwie was mit Unterdrückung und Freiheit gerade zu tun haben. So, wissenschaftlich, was auch immer. Oder vielleicht ist es auch ein gutes Hobby, Wörter definieren. Hier ist jedenfalls ein bisschen dazu. Wo das Volk die Regierung fürchten muss, herrscht Unterdrückung. Wo die Regierung das Volk fürchten muss, herrscht Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne neue Woche. Und ja, solltet ihr morgen nicht einschalten. Lebt wohl!